So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier am Santa Monica Pier. Ich wollte einmal vorab Ihnen Bescheid sagen, dass es in den ersten drei Reihen sehr nass werden könnte. Bitte, 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 dass es sehr wett ist in den ersten drei Reihen. Viel Spaß und gut und haltung! Hey Leute, hört mir mal zu. So ein paar arme Schauspieler haben einen Boss hinter Gitter gebracht. Jedoch hat er eine heiße Spur bekommen aus dem Hochsicherheitstrakt. Zwei bekannte Schauspieler werden heute hier erwartet. Meine Waveguys und ich werden diese Gelegenheit nutzen und unerwartet zurückschlagen, um die einzige Kopie ihres neuen Films zu zerstören. Ha, die Kinos auf der ganzen Welt werden ihre albernen Namen vergessen. Dieses Mal werden sie uns nicht aufhalten. So, erstmal tarnen und dann kann es losgehen. Hallo und herzlich willkommen hier am Santa Monica Pier. Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren hier am Santa Monica Pier. Wir feiern heute unser 20-jähriges Jubiläum. Auch heute noch ist das Wasser kristallklar und goldener Sandstrand liegt uns zu Füßen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Santa Monica Pier ist schon seit 20 Jahren ein absoluter VIP-Hop-Sport. Hier gehen die Stars und Sternchen hin, um mal so richtig zu relaxen und diesen 5-Sterne-Luxus mitzunehmen. Und vielleicht trinken sie auch mal eine Cola und entspannen die Ampia. Vielleicht sehen wir heute einige davon, zum Beispiel Angelina Croft und James McDean, das Action-Duel schlechthin. Die beiden sind, oh, ich sehe hier, Leute, Angelina ist da. Oh, was hast du uns da mitgebracht? Ach, das ist der Film. Das ist eine Rohaufnahme von dem Film. Aber sag mal, Angelina, wo ist der James? Ah, da ist der auf dem Jet-Ski. Sehr cool. Oh, wo ist er? Oh, Teex. Jetzt gibt es erstmal ein paar Übungen, ne? Das hat er neue. Ja, ich habe mich gewartet, das kann das werden. Gut, gerade. Jetzt zeigt uns erstmal James McDean, was er kann. Er hat sich etwas ausgedacht. Steht im Wasser. Aber er kann nicht über Wasser laufen. Aber er muss auch schon ausgedacht. So, was macht er denn jetzt? James, fährt er etwa gleich rückwärts? Nein! Wahnsinn, meine Damen und Herren, James McDean-Wert rückwärts! Einen Applaus, bitte! Einen Applaus, bitte! Ja, der wird spät, bitte. Sehr, sehr cool. James, möchtest du nicht langsam mal aus dem Kühle rauskommen? Einen Applaus, meine Damen und Herren, Angelina Croft und James McDean! Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind, James, hallo, freundlich sind Sie da. Eine frisch normale Wunderschweizheit. So, James, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal, ich zeig dir deine Suite und wir gucken mal, vielleicht kannst du gleich eine Cola trinken. Marco! 东 . Zack, mach, mach, mach! Zack, mach, 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 mach! Das war's. 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 Das war's.